Ja, die ganze Zeit. Ist doch bei dir nicht anders, oder? Das kann ich mir total gut vorstellen. Es bleibt einfach alles so. Überhaupt nicht. Ich sehe das nicht so. Im Gegenteil, das wird immer mehr. Wird einfach immer mehr. Geht viel weiter, weißt du? Man muss es machen. Einfach machen. Sonst funktioniert es nicht. Zumindest bei mir ist es so. Sag mal, hast du was zum Anziehen? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020